Seit über 30 Jahren singen die, die jetzt zu Ihnen kommen. Großartig, muss ich sagen. Sie kommen aus Neuhaus und Sie veranstalten auch alljährlich ein Festival. Ein Festival Suha, so heißt es. Sie singen in erster Linie in slowenischer Sprache. Und auch das, was Sie uns heute vortragen werden, ist in slowenischer Sprache ein Potpourri aus dem Rosenthal. Ein Scherzlied. Hören Sie, es war einmal, übersetzt, ein Herr Pevenau. Hier ist das Oktet Suha. Gute Unterhaltung. 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 Gute Unterhaltung.